Böse Überraschung für alle EM-Rentner, die auf eine pünktliche Auszahlung des Zuschlags der Rentenerhöhung zum 1.7.2024 hoffen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, heute ist der 5.01.2024, es ist 17.10 Uhr und ich habe gerade eben brandaktuell eine E-Mail bekommen und zwar hat mir da ein EM-Rentner, ich darf den Namen nicht nennen, folgendes geschrieben. Ich verfolge Ihre Videos auf YouTube mit großem Interesse, herzlichen Dank. Mittlerweile bin ich manchmal besser informiert als einige Mitarbeiter der DAV, was das Thema EM-Rente betrifft. Na dann umso besser. Ich hatte heute ein Gespräch, also der Herr hatte heute ein Gespräch am 5.01. mit einer Mitarbeiterin der DAV. Diese Dame sagte mir, ich zitiere nur das, was hier steht, verlassen Sie sich nicht auf die Rentenerhöhung ab Juli 2024, was die Erhöhung der Zurechnungszeit angeht. Das wird wohl erst im Frühjahr 2025 soweit sein, dass dieser ausgezahlt oder nachgezahlt wird. Ui, meine Damen und Herren. Die Dame sagte noch, das hat was mit der IT-Umstellung zu tun. Dann fragt er mich, vielleicht wissen Sie ja schon etwas davon, wäre auch ein interessantes Thema für Ihren YouTube-Kanal. Meine Damen und Herren, natürlich ist das total interessant. Er wünscht mir natürlich dann auch noch viel Erfolg und bleiben Sie gesund. Und ich sage Ihnen auch eins, lieber Abonnent von Rentenbescheid24.de, ich wünsche Ihnen natürlich auch alles, alles Gute, beste Gesundheit und gutes Gelingen noch. Ja, und ich hoffe auch, dass Sie pünktlich Ihren Zuschlag ausgezahlt bekommen. Denn, meine Damen und Herren, das wäre ja ein dickes Ding. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Der Gesetzgeber hat das Gesetz im Juni 2022 durch den Bundestag getragen und hat gesagt, aufgrund technischer Voraussetzungen können wir erst die Auszahlung zum 1.7.2024 beginnen. Ab da geht das los. Rückwirkend war da sowieso nie was geplant. Jetzt kommt die Mitarbeiterin der DAV, die wirklicherweise schon Informationen hat und sagt, oh, das wird ja gar nichts. Die ganze Geschichte geht ja erst im Frühjahr 2025 los. Das heißt also, Sie müssen möglicherweise dann noch von Juli 2024 bis Frühjahr 2025 warten, ehe dann die ganze Geschichte mal technisch durch ist und Sie dann Ihren Zuschlag, wenn auch rückwirkend, dann gezahlt bekommen. Das wäre ja ein dickes Ding. Stellen Sie sich das mal vor. Das würde zum Beispiel irgendein Dienstherr mit seinem Beamten machen. Was da los wäre, wenn die Beamten nicht pünktlich ihre Pensionserhöhungen oder ihre Dienstbezüge pünktlich höher bekommen, so wie es dann auch vertraglich vereinbart ist. Oder ein Arbeitgeber zahlt die entsprechenden Löhne und Gehälter nicht. Das wäre ein dickes Ding. Oder stellen Sie sich mal vor, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung würden dann einfach pünktlich ihr Geld nicht bekommen. Also ich sage eins, das wäre ein schlimmes Ding, wenn erst im Frühjahr 2025 die Zuschlagserhöhung, die ja eigentlich zum 1.7.2024 kommen soll, wo man ja schon fast zwei Jahre dafür Zeit brauchte zur Programmierung und das auch ausreichend sein sollte, wenn die nochmal sich um sieben, acht Monate oder neun Monate verzögern würde. Das wäre ein dickes Ding. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das würde ich nicht für gut heißen. Und dann müssen die Leute auch letzten Endes hier entsprechend Zinsen für die Nachzahlung bekommen. Das wird dann wiederum viel Geld kosten, den Steuerzahler oder der Deutschen Rentenversicherung, die das ja dann aus dem laufenden Haushalt, also aus dem laufenden Rentenhaushalt herauszahlen muss. Also, wenn das wirklich so sein sollte, und da sollten Sie sich bitte alle mal an Ihre Rentenversicherung wenden, ob das wirklich so ist, ob die Auszahlung dieser Zuschlagslösung, Erhöhung der Zurechnungszeit, da entsprechend erst 2025 losgehen soll. Ich würde das nicht so gut finden. Das wäre eine Katastrophe. Viele Leute von Ihnen, viele von Ihnen sind ja auf den erhöhten Zuschlag angewiesen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Meine Herren, das kann ja wohl nicht wahr sein.